Hallo Leute und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Mal gucken, ob wir jetzt ins Lager können. Und wenn nicht, ja, keine Ahnung, reiten wir zurück oder so. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch krank. Oder ich hab's noch gar nicht gesagt. Ja, genau, es ist wieder ein Raumton, warte kurz. Also erstmal hier kurz für euch lauter. Für mich auch noch so ein bisschen. Nice, aber die sind jetzt zumindest hier. Ich will euch nichts machen. Deine Freundin ist sehr wertvoll. Der Freund hat einen Weg, Herr. Der Weg zur Wahrheit. Na ja, ich... Er will nur mit ihm sprechen. Arthur? Ich habe einen Weg chosen. Der Mann hat einen Weg chosen. Er hat Sicherheit gewählt. Welchen Weg hast du, Herr? Ungeduldig. Unentschlossen. Unentschlossen. Ähm, still searching, I guess. We are all searching. Chilonianism is about searching. What do we search for, do you think? Oh, Scheisse. Jetzt habe ich nicht zu gehört. Das ist egal, der Bestimmung. Was? Das ist egal, der Bestimmung. Ich weiß nicht. Sicherheit? Sicherheit und Sinn? Jaimie weiß die Wahrheit. Aber natürlich. Du kannst mit ihm sprechen. Genau, genau. Wenn deine Übungen so großartig sind, was schade kann ich machen? Ich bin... Ich bin nicht... Ich bin nicht mit dir, Arthur. Komm und sprich mit Mary, dann mach dein Geist! Lass mich nicht, Arthur. Ich bin für deine Hilfe. Wir kommen fertig. Gumm... Haben wir ein Lasso? Ja, haben wir... Ich hab vergessen, dass wir ein Cowboy sind. Och, Digga, was macht ihr denn? Mein Gott. Pferd, komm schon. Und vor allem... Toll, ey. Wo fährt der denn durch, Alter? Der fährt einfach mitten auf mich zu. Ich glaub's ja nicht. Genau, so. Erstmal instant das Lasso nehmen. Uiuiui. Ein bisschen steil hier. Komm, jetzt gib doch Gas, Junge. Das Pferd ist so langsam. Ähm... Mensch. Ja, ich denk auch dieses Video wird nicht groß gecutt sein. Fahren die jetzt wieder hier durch? Wieso fahren die hier nach oben? Ah, die Parten hier, oder was? Okay. Einfach komplett random. Mhm. Ja, geil. Boah. Weil, keine Ahnung, wo er durchgeht. Och, was soll jetzt die Scheiße? Warte kurz, Leute. So. Timer. Wegen Medikamenten und so. Naja, egal. Och, Digga. Wie schnell ist der denn? Das gibt's ja gar nicht. Junge Pferd. Ja toll. Unser Pferd ist einfach scheiße. Ja, den können wir vergessen. What? Hast du dich gesehen? Dieser Hase, ey. Okay. Ja, was machen wir jetzt? Unser Pferd hat keine Ausdauer. Er reitet und sein Pferd hat irgendwie unendliche Ausdauer. Versuche ihm den Weg abzuschneiden. Ich hab halt auch keinen Plan, wo der durchläuft. Oder reitet. Alter, jetzt Bisons. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Wir müssen ihn vielleicht anschießen. Wir müssen ihn vielleicht anschießen. Ach, scheiße. Aber er ist noch ein bisschen zu weit weg. Oh, lol. Oh, mein Pferd, was bremst das auch ab? Ey, das kann doch dann früher springen. Mann. Wir könnten auch sein Pferd abschießen. Wir könnten auch sein Pferd abschießen. Ja. Ja. Was hat er auch für ein krasses Pferd, ey. Und wir können so wegen einem Millimeter, können wir ihn nicht fangen. Alter, was ist denn jetzt hier? Alles vorhin noch schon da. Was? 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 Was ist denn jetzt? Mach doch, Junge, du scheiß Pferd. Es hat schon wieder keine Ausdauer mehr. Ich schieße dich jetzt ab, ey. Was? Dein scheiß Pferd. Weil ich will ja ihn nicht verletzen, weil ich glaube, ihn brauchen wir noch. Oh, die Leise gibt es doch nicht. Oh, Leute, die Eisenbahn. Ja. Okay, gut. Das ist aber nicht schlecht. Wir schießen jetzt einfach von Anfang an. Mann, das kann doch nicht sein, dass ich an dieser scheiß Mission scheiter. Hör auf, du Ehre. Okay, wir können ihn wirklich nicht abschießen, nicht mehr sein Pferd. Ach, Mann, Leute. Schöss.. Wiß ich was auf dem anderen Video. Junge. Komm, du bist ja Junge, deine Frau sind vor allem Verrückt. Du bist da nachdem auch? ... ... ... ... ... ... Scheiße. jetzt kommt auch noch so eine blöde mücke als wenn als wenn ich die nicht gehabt hätte ja wahrscheinlich er war in die ja es reicht man und mein pferd ist so scheiße langsamer ist für nix zu gebrauchen und ich treffe achte egal komm wir überspringen den jetzt einfach und kein bock mehr ist Bitte, Arthur. Ich bin ein Mann jetzt. Ich habe etwas gefunden. Ein Telefonnummer. Du bist nur ein Kind. Ich mache einen großen Fehler. Ich bin nicht von dir nehmen. Du bist ein Outlaw. Du bleibst mich alleine. Sie sind gute Leute. Ich versuche dich, Arthur Morgan. Bleibst mich alleine. Bitte, Kind. Hätte ich das tun sollen? Ich glaube nicht. Ja, ich bin aber auch komplett unfähig. Ich mache dir alles falsch. Ich versuche dich, Arthur. Ich werde... Ich will nicht mehr leben. Ich werde nicht mehr leben. Es ist okay, Kind. Ich bin ein schrecklicher fool, Arthur? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genug über ihn. Aber eine Sache weiß ich, dass es kein Schämen für eine bessere Welt ist. Ich vermute dich, Arthur. Sind wir und Mary wieder mit uns lieben? Oh nein. Das war ein lange Zeit, Son. Okay, reiten wir mal zurück. Digga, was? 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 Oh mein Gott. Ey, das Spiel ist aber auch so kacke, ey. Wie die Randoms die ganze Zeit in dich reinrennen. Och, komm, jetzt mach ich, hab keinen Bock mehr auf diese Hürfis mit seinem Kleid los. Ey, aber die NPCs, die weichen auch nicht aus. Die reiten einfach geradeaus auf dich zu. Du weißt auch, sie weichen gegen dich. Oder sie laufen gegen dich. Ich check's nicht. So. Das ist irgendwie. Ähm. Wo müssen wir hin? Ah, im Bahnhofsgebäude. Okay. Warten wir hier ein. Was hat sie jetzt gemacht? Egal. Dann gehen wir mal rein. Junge, kann der nicht ein bisschen schneller gehen? Das nervt. Oh, du scheiß Mucke, ey. Ich klatsch dich gleich weg. Ey, das ist doch nicht normal. dieses Drecksspiel. Jamie. Jamie. Oh, komm nach Hause, bitte. Bitte, bitte. Ihr Vater ist sehr schade. Mein Vater würde nicht wissen, wenn er in seinem Bett sterben würde. Aber ich komme nach Hause für dich. Mein Junge. Mein Junge. Mein Junge. Boi. Come on. Oh, Arthur. Danke. Danke. Es ist gut zu sehen, Mary. Und du, Arthur. Und du. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Du... Oh, du wirst niemals ändern. Ich weiß das. Oh. ok speichern genau passt ja ok ist das eine kirche oder was scheinbar ok ja da steht es ja auch das was mit dieser folge red dead redemption 2 bis zum nächsten mal alle tschau kong 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017